Willkommen im 3 Sterne Superior Hotel Adlerbräu. Wir begrüßen Sie in Gunzenhausen, mitten im fränkischen Seenland. Seit 150 Jahren ist unsere Gastfreundschaft bekannt. Nach einer Wanderung oder Radtour ist die schmackhafte fränkische Küche genau das Richtige für Sie. Genießen Sie bei uns fränkische Spezialitäten und saisonale Gerichte. Komfortable Zimmer, ein Wellnessbereich und attraktive Umgebung. Wohlfühlurlaub für Sie. Hotel Adlerbräu Gunzenhausen im fränkischen Seenland. Wir freuen uns auf Sie.